hallo nes freunde und nes freundinnen ich zocke alle nes games dieser welt und heute ist dran metroid am nes in vr wie geht das ganze ganz ganz einfach ihr braucht ein vr headset ihr braucht die entsprechende emulation software die findet ihr hier und dann müsst ihr besitzer der rom sein bevor wir loslegen noch zwei sachen nämlich daumen hoch nicht vergessen da unten könnt ihr abonnieren und zweitens ich habe schon jede menge nes spiel in vr gespielt sie verlinke ich euch gleich da oben gut lasst uns loslegen metroid am nes in vr ich weiß es sieht nicht so aus man kann es kaum glauben das ganze basiert auf der original rom von metroid am nes man benötigt sie auch zum spiel ohne geht es nicht der entwickler der emulation software macht sich dafür die arbeit es muss jedes spiel einzeln angepasst werden und er bestimmt mehr oder weniger auch welche teile wie dreidimensional sind und so weiter mittels hinzugefügter scripts so zumindest beschreibt er das auf seiner webseite richtig richtig fein schaut das hat man die farben und ach das sollte man echt mal so für die arten setzen warum macht man nicht spiele in vr 2d spiele in die armen die so fein aussehen können wie hier gut das ist die erste szene altbekannt man hat noch gar nichts ist noch quasi nackt und muss ich erst mal den morphball holen und ich drehe hier mal alles in alle richtungen damit ihr ein bisschen eindruck bekommt wie toll das in 3d aussieht aber ich kann nur sagen es ist alles nur ein mietersatz dafür wie es in der vr brille dann wirklich ausschaut da schaut es richtig richtig nice aus nochmal eine szene zwischen den zwei türen die drüber und landet hier bei dieser stufen passage auch richtig 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 schön ja ich finde mit schweiz am ende ist richtig richtig schwer ich muss gestehen ich habe es nicht durchgespielt ich habe es nie durchgespielt zu meiner schande ja ihr könnt mir mal verraten welcher mit short teil eurer lieblings teil ist ich verrate euch dann am schluss welcher ist das bei mir ist aber der erste teil am ende ist richtig richtig hart ich habe es dann vor allem gemerkt wie ich zum end boss gekommen bin da sehen wir mal eine rakete hier hole ich mich glaube ich glaube das war die erste rakete und hier nochmal der 3d effekt von diesen strukturen worauf man geht richtig richtig schön aber nicht nur davon auch die diese tore mit den schrutschildern schon sehr fein aus und auch die spielfigur selbst hat ein bisschen tiefe bekommen richtig schön gemacht gut dass uns mal da durch die tür gehen und das ist das end boss level ja das end boss level allerdings mit geöffneten türen ich fand es unfassbar schwer richtig richtig schwer so mein respekt an alle die das am ende ist durchgespielt haben und doppelten respekt an alle die das am ende ist durchgespielt haben ohne safe games beziehungsweise mit diesem passwort system das damals gegeben hat war echt beeindruckt dass ich wusste dass es hart ist aber ich war mir nicht das war mir nicht im klaren das ist richtig 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 schwer ist aber der end boss hat das andere schon so richtig richtig schön aus noch schnell zur auflösung mein lieblings teil von metroid war der am gameboy einfach deswegen weil es mein erster war ja das war metroid am nes in vr sieht richtig richtig fein aus leider kommt im video nicht ganz so super wie es eigentlich in der vr brille ist in vr ist es wirklich vom allerfeinsten und deswegen empfehle ich euch auch holt euch die software ich verlinke sie jetzt schnell nochmal hier holt euch die software unterstützt den entwickler die software kostet aktuell im early access was bei 20 euro ist es wert damit der entwickler genug kohle hat damit er auch dran bleibt ich hoffe es ich werde auch weiterhin nes spiele in vr testen für mich und für euch ja wenn ihr weiterschauen wollt was ich hoffe ich habe jetzt noch einiges andere in vr gespielt ich verlinke euch gleich mal und in der playlist gibt es dann auch noch mario am nes in vr auch richtig cool also leute wir sehen uns gleich klickt gleich mal weiter zum nächsten nes vr video und liken und abonnieren nicht vergessen ist doch klar wir sehen uns gleich mal wieder 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 wir sehen uns gleich mal wieder